In Berlin wurde ein Tigerbython entdeckt, beziehungsweise ein mutmaßlicher Tigerbython. Wir werden heute auch klären, ob in Berlin vielleicht mehrere von diesen Schlangen unterwegs sein könnten und ob sie für Menschen gefährlich sind. Hier sehen wir diese Schlange, sie war tot, natürlich jetzt zu diesen Temperaturen überlebt so ein Tier nicht. Ganz kurz, also man kann hier nicht mit hundertprozentiger Garantie sagen, dass das ein Tigerbython ist. Das könnte auch ein afrikanischer Felsenpython sein oder irgendeine besondere Zuchtvariante, die mehrere Linien von Pythons beinhaltet. Ja, ist bei solchen Terrarientieren immer sehr schwierig. Ich finde diese Formulierungen immer ganz lustig hier. Ob die Schlange vorher lebend unterwegs war, unklar. Ja, wahrscheinlich wird dieses Tier vorher auch mal gelebt haben. Die Frage ist jetzt natürlich, ob die im Wald vorher lebend unterwegs war oder ob sie tot irgendwo rausgeworfen wurde oder so. Wenn wir uns mal anschauen, diese Schlange anschauen, dann sehen wir hier die Wirbelsäule der Schlange. Und das hier auf der Seite, das ist so abgeflacht, das ist so dreieckig. Und das kann ein Zeichen dafür sein, dass diese Schlange vorher gelebt hat, beziehungsweise lebend unterwegs war und dann stark ausgehungert ist. Muss nicht sein, kann es aber sein. So ein Tigerbython, der lebt normalerweise in Südostasien. Der sieht normalerweise in seiner natürlichen Form so aus. Also das hier, dieses gelbe Tier, das ist eine Zuchtform. So in dieser Farbe kommt der Tigerbython in freier Natur nicht vor. Ein Tigerbython frisst Hasen, selbst ein kleines Reh oder auch ein größeres Reh könnte so ein Tigerbython, ein ausgewachsener Tigerbython ohne weiteres zur Strecke bringen. Und jetzt wird es wahrscheinlich so gewesen sein, das ist jetzt meine Vermutung, dass diese Schlange irgendwann mal im Sommer oder so schon ausgesetzt wurde, vielleicht nicht gesehen wurde und die hat dann keine Nahrung gefunden. Erstens mal, weil halt unser Ökosystem nicht dieses Nahrungsangebot hat, wie das tropische und subtropische Südostasien und zweitens, weil die Schlange halt eben so auffällig gefärbt ist. Die siehst du ja, die sieht ja jeder. Insbesondere so aufmerksame Tiere wie Hasen und andere Beutetiere des Tigerbythons. Und jetzt könnte es halt so gelaufen sein, dass diese Schlange ganz einfach in freier Natur verhungert ist und ihr dann die Kälte im Herbst den Rest gegeben hat. Ist jetzt mal nur so eine Rekonstruktion, die ich hier versuche irgendwie zusammen zu bringen. Es könnte auch vollkommen anders gelaufen sein, muss man jetzt eher auch der Vollständigkeit halber sagen. Was ich hier auf jeden Fall loswerden möchte ist, bitte zeigt jetzt nicht wieder mit den Fingern auf die Terroristika im Allgemeinen und geht nicht her und sagt, ja diese Terroristen, ja. Die ist schon, da könnt ihr mit dem Finger drauf zeigen. Aber auf die Terroristika bitte nicht, ja. Also es ist nicht so, dass alle Terroristika so sind. Das sind Leute, die gehen ganz einfach verantwortungslos mit Tieren um. Wenn der einen Kampfhund hat, dann wird wahrscheinlich auch dieser Hund irgendwie ausgesetzt werden oder der wird irgendwem irgendwann einmal beißen, ja. Und der Tigerbython ist ein sehr beliebtes Terrarientier. Das ist eine sehr schöne Terrarienschlange. Sie wird natürlich sehr groß, aber eigentlich sind die ziemlich cool, ja. Die sind auch nicht sonderlich aggressiv. Wenn du sie von klein auf immer an den Menschen gewöhnst, dann ist die auch nicht sonderlich aggressiv. Sind auch relativ unkompliziert, fressen leicht. Und mein Appell an die deutsche Regierung ist, jetzt bitte geht nicht her und sagt einfach, nö, aber jetzt ist einfach die Haltung vom Tigerbython verboten, ja. So wie das gerne gemacht wird, ja. Man müsste das halt besser reglementieren, zum Beispiel einen Sachkundenachweis verlangen oder ein psychologisches Profil abgeben und so weiter, ja. Die Person muss einfach nachweisen können, dass sie mit solchen Tieren verantwortungsvoll umgeht. So nun zu den beiden wahrscheinlich wichtigsten Fragen. Also kann es sein, dass da mehrere von diesen Schlangen unterwegs sind? Ich glaube das nicht, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht möglich ist, weil diese Tiere den Winter hier nicht überleben. Also der Winter ist absoluter Todesfeind des Tigerbythons. Ein Tigerbython ist nicht in der Lage langfristig in Deutschland zu überleben. Punkt Nummer zwei, ist ein Tigerbython gefährlich für Menschen? Da würde ich tatsächlich sagen, ja, ein Tigerbython sollte man schon als potenziell gefährlich einstufen. Das ist eine sehr große Schlange, die werden über vier Meter lang, die können über 50 Kilogramm schwer sein. Also wenn du vorhast, dir eine solche Tigerbython als Haustier zu holen, dann hol dir erstmal eine kleine und wachse dann zusammen mit der Schlange, ja. Lass dich umfassend beraten von Leuten, die ihr Handwerk verstehen und achte darauf, dass nicht unbedingt Leute, die unter 40 Kilo wiegen, mit dieser Schlange alleine sind, ja. So, fressen tut so ein Tigerbython-Menschen nicht, ja, wir gehören nicht zu seiner Beute und er wäre dazu auch nicht in der Lage, zumindest keinen erwachsenen Menschen und bei einem Kind würde ich jetzt, ja, ist schwierig zu sagen, also wie gesagt, Kinder würde ich nicht alleine mit dieser Schlange lassen, auf keinen Fall. Aber mir ist kein Fall bekannt, bei dem ein Tigerbython ein Mensch gefressen hat, ich kenne keinen. Wenn jemand einen Fall kennt, bitte gerne in die Kommentare schreiben, mit Quellenangabe, das wäre sehr cool. Tigerbython sind nicht aggressiv, wenn sie sich an den Menschen gewohnt, gewöhnt sind. Ihr müsst mich entschuldigen, ich bin kein Deutscher, deswegen manchmal die Grammatik hakt ein bisschen und jetzt bin ich draus gekommen, was sollte ich jetzt noch sagen. Ein wilder Tigerbython, der noch nie einen Menschen gesehen hat, der wird auch aggro werden, wenn man sich mit ihm anlegt und der wird auch zuschnappen. Wenn so ein Tigerbython beißt, dann hast du eine ordentliche Wunde, die haben das Maul voller Zähne, zwischen 50 und 100 Stück. Diese Zähne sind ungefähr zwischen einem Halm und bis zu anderthalb Zentimeter lang im Durchschnitt und die sind sehr, sehr spitz und scharf und so nach hinten gerichtet, wie so Widerhacken, ja. Und so ein Tigerbython, der ist nicht giftig, wobei, also die haben so Riktaldrüsen, nennt man das, das sind so Drüsen in dem Bereich, ja. Und die produzieren noch so leicht toxische Komponenten, das ist aber, das kannst du nicht als giftig bezeichnen, ja. Also für Menschen ist das, das ist nicht giftig, okay. Aber eben durch die Morphologie seines Bisses und durch die Größe seiner Zähne kann so ein Tigerbython auch eine ordentliche Wunde verursachen, ja. Der kann zum Beispiel auch wichtige Sehnen und Bänder durchtrennen oder auch wichtige Blutgefäße verletzen. Da ist auf jeden Fall Vorsicht geboten und wie gesagt, es ist eine sehr starke und kräftige Schlange. Und wenn du noch mehr über Schlange sehen willst, dann schau dir gerne das Video hier im Abspann an. Da suche ich eine der giftigsten Schlangen Europas und habe sie auch gefunden. Das war ein geiles Abenteuer. Wir sehen uns. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.